Ja, herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkurmbach, direkt neben Hasbrug im Nürnberger Land zum Sonder-Newsletter 123, in dem es ausschließlich um das neue Jori-Sofa WING geht. Auf der Möbelmesse in Köln durften wir am Jori-Stand den sympathischen holländischen Designer Hugo de Ruida kennenlernen und sein Sofa-Konzept hat uns überzeugt. Die vier verschiedenen Verstellmöglichkeiten des Ecksofas sind wirklich einleuchtend, zumal der Verstellmechanismus spielend leicht funktioniert. Weil wir unser Ausstellungssofa sofort bestellen wollen, haben schnell entschlossene Kunden die Möglichkeit, sich die Farbe auszusuchen und ob das linke oder rechte Modell werden soll. Und dann liefern wir im Herbst ein Ausstellungssofa zum super Schnäppchenpreis. Weil der TV-Versteckschrank ebenfalls eine raffinierte Synchronmechanik hat, haben wir ein kleines Video gedreht, bei dem die Hauptrolle leider die Hoferwart-Dame Mira an sich rest. Nur die Einzelanfertigung von Massivholzmöbel kann solche Möbelwünsche erfüllen. Bei den Unterkumbacher Werkstatttagen vom 10. bis zum 12. Juni werden wir am Samstagnachmittag einen Kochworkshop mit Dennis Scheck und Hubertus Tschirner anbieten. Sie können sich jetzt schon für Workshop oder Lesung am Abend per Telefon oder Mail anmelden. Außerdem brauchen wir für diese Tage auch wieder schöne Tische und Stühle. Wenn Sie uns Ihren neuen Essplatz für die Tage ausleihen, ziehen wir gerne eine Leihgebühr von der Rechnung ab. Tja, und weil so ein großes Sofa Wing viel Platz braucht, bieten wir dir den V-Sessel Idaho in Rot statt für knapp 4.500 Euro für 1.995 Euro an. Den könnten Sie gleich abholen. Im nächsten Newsletter erzählen wir noch mehr von der Möbelmesse. Jetzt würden wir uns freuen, wenn Sie sich Ihr Wunsch Sofa Wing raussuchen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf von einem Besuch und grüßen ganz herzlich aus Untergrumbach. Bis bald!